Eine qualitativ hochwertige Waschmaschine muss nicht immer teuer sein. Das beweisen die vier Waschmaschinen, die wir euch in diesem Video vorstellen wollen. Alle drei Modelle kosten unter 400 Euro. Und damit ihr das richtige Modell für eure Ansprüche findet, werden wir euch drei verschiedene Geräte von drei verschiedenen Herstellern mit auch drei verschiedenen Volumengrößen vorstellen. Dabei haben wir ein 7, ein 8 und ein 9 Kilo Modell, da sollte also für jeden was dabei sein. Bleibt unbedingt bis zum Schluss dran, um alle Maschinen kennenzulernen und schaut auch gerne mal in der Videobeschreibung für weitere Tipps zum Kauf von Waschmaschinen vorbei oder falls ihr eine der Modelle bestellen wollt. Denn dort unten sind alle drei Maschinen mit ihrem tagesaktuellen Preis auch verlinkt. Lasst uns nun aber gleich mit dem eigentlichen Video und auch der ersten Waschmaschine für unter 400 Euro starten. Es handelt sich um die Samsung WW70T, eine 7 Kilogramm Waschmaschine mit starker Leistung und vielen Funktionen. Der effiziente, langlebige und leise digitale Invertermotor von Samsung bringt es auf eine maximale Umdrehungszahl von 1400 die Minute. Überzeugend tut das Modell vor allem aber durch seine Programme, allen voran sein Hygiene-Dampfprogramm. Dieses sorgt für eine hygienische Sauberkeit für die Wäsche dank der Tiefenbehandlung mit Dampf. Während des integrierten Dampfzyklus durchdringt dieser vom Trommelboden aus die Wäsche und verbessert so die Reinigungsqualität durch die Entfernung von Bakterien, Allergenen und besonders hartnäckigem Schmutz. Die besondere Diamond Pflegetrommel sorgt dabei für eine besonders sanfte Wäschebehandlung dank der feinen diamantförmigen Erhöhungen und auch der kleinen Löcher in der Trommel. Zudem verfügt das Modell über eine App-Konnektivität. Hier kann ein Smart-Check ausgeführt werden, der einem auch im Fall einer Beschädigung einfache Lösungen und Problembehandlungen gibt. Natürlich sind auch alle weiteren Standard-Wäscheprogramme dabei sowie auch die Zeitvorwahl. Zu den Standardprogrammen gehört ein Schnellwasche, Mischwäsche, Baumwolle, Wolle, Pflegeleicht, Bund, XXL sowie auch Spülen- und Schleunerprogramm. Auch ein Trommel-Selbstreinigungsprogramm ist hier dabei und besonders zu erwähnen ist noch die Add-Wash-Funktion, durch die während der Reinigung auch Wäsche stets nachgelegt werden kann. Wie ihr seht also ein super Modell mit vielen starken Funktionen. Einzig kleiner Nachteil unserer Meinung nach ist die Energieeffizienzklasse. Der Verbrauch der Maschine ist doch relativ hoch. Dafür spart man bei der Anschaffung wie gesagt hier ordentlich Geld. Von der Kundenbewertung auf jeden Fall das beliebteste Modell im Vergleich und alles weitere zur WW70 könnt ihr nun über den ersten Link in der Videobeschreibung erfahren. Bleibt aber auch gerne noch dran, denn zwei weitere, ein 8 und ein 9 kg Modell möchten wir euch ja noch vorstellen. Machen wir erstmal mit dem 8 kg Modell weiter. Es handelt sich um die HW80 von Haya. Diese Waschmaschine unter 400 Euro überzeugt, wie gesagt durch ein 8 kg Trommelvolumen sowie durch eine starke 1400 Umdrehungen pro Minute Motorleistung. Diese Leistung erzeugt die Haya durch ihren bürstenlosen Invertermotor. Dieser ist extrem sparsam und auch sehr leise. Dadurch ist die Maschine auch in der Energieeffizienzklasse A eingeordnet und überzeugt durch eine starke Energieeffizienz mit einem geringen Verbrauch. Überzeugend ist am Modell aber nicht nur die Energieeffizienzklasse, sondern vor allem auch die Programmauswahl. Wählen kann man hier natürlich zwischen unzähligen Standardprogrammen wie Baumwolle, Mixwäsche, Synthetik, Schnellwäsche, Wolle, Feinwäsche oder auch einem Eco-Programm. Unter anderem sind hier aber auch viele Sonderprogramme wie beispielsweise für extra Babykleidung, für Unterwäsche, Sport, Jeans oder auch Synthetik dabei. Zudem besitzt auch dieses Modell eine Dampfbehandlung und auch ein extra Hygieneprogramm, womit selbst hartnäckige Verschmutzungen und 99% aller Bakterien beim Waschvorgang entfernt werden können. Über den Drehregler stellt man diese Programme ein und über die Tasten unter dem Bediendisplay kann man die Leistung, die Temperatur und auch die Zeit des Waschvorgangs, wenn man möchte, auch manuell einstellen. Des Weiteren kann die Maschine durch ihren Aqua-Protect-Schlauch ihr solides Trommelvolumen sowie auch die antibakterielle Beschichtung der gesamten Maschine und Trommel überzeugen. Ein wirklich starkes Modell aus Preis-Leistungssicht. Für diesen günstigen Preis bekommt man sonst kein besseres 8-Kilogramm-Modell. Das jedenfalls unsere Meinung überzeugt euch gerne noch selbst. Von der Haya HW80 an zweiter Stelle in der Videobeschreibung ist diese Maschine für alles weitere verlinkt. Bleibt nun aber auch gerne noch dran, denn als drittes und letztes möchten wir euch die 9-Kilogramm-Maschine im Vergleich vorstellen. Es handelt sich um die ESNF von Sharp. Die Sharp-Waschmaschine kommt nicht nur mit einem extrem großen 9-Kilogramm-Trommelvolumen, einem extrem günstigen Preis von noch unter 400 Euro und einer 1400 umdrehungsstarken Motorleistung, sondern auch mit einem ziemlich modernen Design. Es überzeugt durch eine schwarze Bedienleiste und auch durch eine besonders große und ebenfalls schwarze Trommelöffnung. Durch die große Öffnung und auch das große Volumen ist diese 9-Kilogramm-Waschmaschine ideal auch für Großfamilien geeignet. Der integrierte Advanced Inverter-Motor ist dabei besonders leise und auch langlebig. Er sorgt auch für eine besonders starke Energieeffizienz. Das Modell ist in der Effizienzklasse A eingeordnet. Auch dabei die Double-Jab-Zwei-Düsen-Funktion. Durch diese zwei Düsen werden Wasser und Waschmittel direkt in die Mitte der Wäsche gesprüht. Hierdurch wird der Wasser- und Energieverbrauch gesenkt und man erhält trotzdem ein sehr starkes Waschergebnis. Das Waschergebnis wird auch durch die Allergy Smart-Funktion verbessert. Dies ist ein spezielles Waschprogramm, welches bestimmte Allergene und Bakterien aus den Kleidungsstücken entfernen kann. Dazu überzeugt das Modell durch noch sehr viele Standard- und auch Zusatzprogramme. Unter anderem dabei ein Baumwolle, ein Baumwolle-Vorwäsche, ein Baumwolle-20 Grad, ein Buntwäsche, ein Wolle, ein Schleuder, Hand- und Feinwäsche, ein Pflegeleicht, ein Jeans und sogar auch dunkle Kleidungsprogramm. Auch dabei ein Down- und 40 Grad, ein 60-Minuten-Schnellwaschprogramm und sogar ein 12-Minuten-Schnellwaschprogramm, in dem Wäsche besonders schnell gereinigt werden kann. 15 Programme sind es, inklusive wie gesagt diesem besonderen 12-Minuten-Schnellwaschprogramm, die man hier einstellen kann. Auch lässt sich bei der Sharp ESNF die Leistung, Temperatur und Zeit manuell einstellen. Über eine LED-Anzeige an der Vorderseite des schlichten, aber modernen Displays kann man die Restwaschzeit in Echtzeit überwachen. Wer vor allem auf der Suche nach einem besonders großen Modell für seine Familie ist, der ist bei der Sharp ESNF richtig aufgehoben. Mehr Infos zu diesem günstigen, aber großen Modell über den dritten Link in der Beschreibung. Wie gesagt, schaut unbedingt nochmal in der Beschreibung nach, dort haben wir euch einen Kaufratgeber für Waschmaschinen geschrieben. Und auch wie gesagt, alle Maschinen für eine weitere Recherche oder zum Bestellen mit dem tagesaktuellen Preis verlinkt. Lasst gerne eine Bewertung da, wenn euch das Video helfen konnte. Danke fürs Zuschauen und viel Spaß mit eurer neuen Waschmaschine.